In diesem Video geht es um Kano-Diagramme. Kano-Diagramme werden verwendet zur Logikminimierung. Mit ihnen können Schaltfunktionen sehr strukturiert nach klaren Regeln vereinfacht werden. Außerdem ist es sehr einfach, in Kano-Diagrammen die statischen Hazards einer Schaltung ausfindig zu machen und sie zu beheben. Für relativ kleine Schaltungen stellen sie eine gute Alternative zum Vereinfachen von Schaltfunktionen durch Umformen nach den Regeln der Buhlischen Algebra dar. Kano-Diagramme werden auch KV-Diagramme oder im Englischen K-Maps genannt. Sie nutzen die Fähigkeit von Menschen visuell Muster zu erkennen, um Schaltfunktionen zu vereinfachen. Dazu nutzen sie eine Matrixdarstellung der Wahrheitstabelle und die hat denselben Informationsgehalt wie die Wahrheitstabelle selbst, denn die enthält auch für jede Kombination der Eingangsvariablen ein Feld, genauso wie die Wahrheitstabelle für jede Kombination der Eingangsvariablen eine Zeile enthält. Für n Eingangsvariablen haben wir also zwei hoch n Felder, unten für zwei Eingangsvariablen vier Felder. Hier entspricht zum Beispiel die dritte Zeile der Wahrheitstabelle dem Feld unten links im Kano-Diagramm, denn hier ist a1 und b invertiert, also b0. Die Schaltfunktion kann in jeder Zeile entweder 0 oder 1 sein und wir können entweder die konjunktive oder die disjunktive Normalform verwenden, um diese Schaltfunktion als Funktionsgleichung auszudrücken. Um die Schaltfunktion in ein Kano-Diagramm zu übertragen, müssen wir an jeder Stelle den entsprechenden Term eintragen. Wenn wir die disjunktive Normalform verwenden, für die Min-Terme jeweils eine 1, das sind die oberen schwarzen hier. Oder wenn wir die konjunktive Normalform verwenden, für jeden Max-Term, das sind die blauen, jeweils eine 0. Hier haben wir eine Schaltfunktion in disjunktiver Normalform, bestehend aus zwei Min-Termen, die miteinander verodert sind. Wenn wir für diese Schaltfunktion das Kano-Diagramm ausfüllen möchten, tragen wir für jeden Min-Term an der entsprechenden Stelle eine 1 ein. Also für a und b nicht, da wo a 1 ist und b 0. Das ist dieser hier. Und für a nicht und b nicht, da wo b 0 ist und a auch 0. Das ist hier. Die anderen Felder beinhalten Nullen. Wenn wir unsere Schaltfunktion nur noch mal etwas genauer betrachten, sehen wir, dass beide Terme b invertiert enthalten und a einmal invertiert und einmal nicht invertiert vorkommt. Das heißt, wir können das Distributivgesetz anwenden und dann hier das 1-Theorem. a oder nicht a ist immer 1 und 1 und b nicht ist immer b nicht. Dass die Schaltfunktion aus zwei Min-Termen bestehen, genau dasselbe wie die Schaltfunktion b nicht ist, können wir auch gut an den beiden Zeilen in der Wahrheitstabelle erkennen. b nicht können wir auch als Schaltfunktion in disjunktiver Normalform auffassen, bestehend aus nur einem Min-Term. Dann müssen wir, um das im Kanodiagramm einzutragen, an jeder Stelle, wo b nicht gilt, eine 1 einfügen. Das sind diese beiden Felder. Zu diesem einen Min-Term gehört nun nicht mehr ein Feld, sondern zwei Felder. Sowas nennt man Päckchen. Das funktioniert, weil das Päckchen einmal a und einmal a nicht enthält. Also eine Variable einmal invertiert und einmal nicht invertiert. Meistens verwendet man die DNF mit Kanodiagrammen, weil das etwas intuitiver funktioniert, aber man kann auch die KNF verwenden. Wir können mal probieren, die KNF abzulesen aus diesem Kanodiagramm. Dann müssen wir für jede Null im Kanodiagramm jeweils die Variablen invertiert in einen Max-Term packen und die Max-Terme dann miteinander verunten. Der Max-Term für die linke Null ist a nicht oder b nicht und der für die rechte Null ist a oder b nicht. Um ein bisschen Intuition dafür zu bekommen, können wir einmal so tun, als ob jeder Max-Term eine eigene Schaltfunktion wäre und die entsprechenden Einsen und Nullen in das Kanodiagramm eintragen. Dann haben wir für den blauen Term Einsen da, wo a invertiert ist und da, wo b invertiert ist und ansonsten Nullen. Für den grünen Term haben wir Einsen da, wo a nicht invertiert ist und da, wo b invertiert ist und ansonsten Nullen. Wenn wir nun in jeder Zelle die Un-Funktion anwenden, erhalten wir in jeder Zelle, wo mindestens eine Null steht, eine Null und ansonsten Einsen. Links also die Null des blauen Max-Termes, rechts die Null des grünen Max-Termes und ansonsten überall Einsen. Wenn wir die KNF mit dem Distributivgesetz vereinfachen, landen wir wieder bei b nicht. Wir können b nicht ja auch als KNF auffassen und für b nicht einfach direkt die beiden Nullen eintragen und quasi das Päckchen bilden. KNF und DNF sind also äquivalent. Nun ergänzen wir die Schaltfunktion von eben um ein weiteres Päckchen, das entspricht dieser Eins. Wir haben schon gesehen, dass wir die unteren beiden Einsen zu einem Päckchen zusammenfassen können, das b nicht Päckchen. Genau dasselbe können wir auch mit dem neuen Min-Term machen, denn wir haben einmal a nicht invertiert und einmal b invertiert und nicht invertiert. Wenn wir wieder das Distributivgesetz und das Eins-Theorem anwenden, landen wir bei den Päckchen a nicht. a nicht entspricht diesen beiden Feldern. Wir können also, indem wir Felder zusammenfassen und Päckchen bilden, also Min- oder Max-Terme miteinander kombinieren, Schaltfunktionen vereinfachen. Und genau das ist die Stärke der Kanot-Diagramme, denn das Kombinieren der Felder, also das Päckchen finden, funktioniert grafisch. Es gibt klare Regeln, nach denen man diese Päckchen bildet und wenn man die befolgt, landet man am Ende immer bei der minimalen Normalform. Man wählt immer möglichst große Päckchen. Man wählt möglichst wenige Päckchen. Die Päckchen müssen rechteckig sein. Das heißt, so ein L aus drei Einsen wäre nicht zulässig und die Anzahl der Felder im Päckchen muss eine Zweierpotenz sein. Ein Päckchen, das aus zwei Feldern besteht, lässt eine Variable weg. Ein Päckchen, das aus vier Feldern besteht, lässt zwei Variablen weg. Wenn also hier zum Beispiel auch noch eine Eins stehen würde, könnten wir entweder vier Min-Terme verwenden oder wir könnten einfach y gleich eins schreiben. Und Päckchen mit acht Feldern können wir erst bilden, wenn wir größere Kanot-Diagramme für Mehreingangsvariablen verwenden. Ein Feld kann zu mehreren Päckchen gehören, wenn dadurch die Päckchen größer werden, wie das unten in der Ecke der Fall ist, aber es darf keine Redundanz geben. Also kein Päckchen darf komplett in einem anderen Päckchen drin liegen. Hier sehen wir jetzt die am meisten verwendeten Kanot-Diagramme, denn Schaltfunktionen mit drei Variablen sind algebraisch relativ schwer zu vereinfachen, aber mit Kanot-Diagrammen sehr einfach. Für zwei Variablen lohnt sich das Kanot-Diagramm ja meist schon gar nicht, weil man das fast im Kopf kann. Für Schaltfunktionen mit fünf Variablen sind Kanot-Diagramme schon nicht mehr so geeignet, weil sie dann dreidimensional sein müssten, weil wir ja schon bei dem mit vier alle Seiten belegt haben. Das würde dann so aussehen, dass wir noch eine dritte Dimension hätten, wo dann E und E nicht wären. Der Clou hinter diesen Kanot-Diagrammen ist, dass zwischen zwei orthogonal benachbarten Feldern immer nur eine Variable wechselt. Das Feld 0, 1, 1, 1 ist hier. Die Kombinationen aller umliegenden Felder unterscheiden sich nur in einer Stelle. Hier 1, 1, 1, 1 mit dem Unterschied in der ersten Stelle. Hier 0, 0, 1, 1 mit dem Unterschied in der zweiten Stelle. Hier 0, 1, 0, 1 mit dem Unterschied in der dritten Stelle. Und dann 0, 1, 1, 0 mit dem Unterschied in der vierten Stelle. Genau dasselbe gilt auch für Felder, die sich außenrum benachbarn. Hier hinten wäre die Kombination 1, 0, 1, 1 mit dem Unterschied in der ersten Stelle, wo sich eben auch nur ein Bit unterscheidet. Das funktioniert, weil wir die Variablen so angeordnet haben, dass wir hier Grey-Code haben, also einen einstelligen Code und nicht wie in der Wahrheitstabelle Binär-Code. In den größeren Kanon-Diagrammen hat man auch mehr Optionen Päckchen zu bilden, je nachdem wie die Einsen oder Nullen angeordnet sind. Zum Beispiel kann man Päckchen mit zwei Variablen bilden, auch über die Grenzen hinaus. Man kann Päckchen mit vier Variablen bilden. Man kann Päckchen mit vier Variablen bilden, die über die Ecken gehen. Wenn in allen Ecken eine 1 steht, kann man solch ein Päckchen bilden. Und man kann sogar Päckchen mit acht Feldern bilden. Falls hier zum Beispiel überall Einsen stehen würden und in der Mitte 0, wäre das hier ein mögliches Päckchen. Das wäre dann die Schaltfunktion y gleich d nicht. Jetzt sehen wir uns mal an, was man für Tricks anwenden kann, um sehr sehr schnell diese großen Kanon-Diagramme auszufüllen. Y hat hier ein paar Don't Care Zustände, das sind die X. Das heißt, nicht für jede Eingangskombination ist ein Ausgang definiert. Die Don't Cares können wir gleich verwenden, um möglichst große Päckchen zu bilden und die Schaltfunktion zu minimieren. Beim Befüllen des Kanon-Diagramms ist es wichtig, dass die Reihenfolge der Variablen in der Wahrheitstabelle zur Beschriftung des Kanon-Diagramms passt. In der ersten Spalte des Kanon-Diagramms sind A und B überall 0. Genau das gleiche gilt für die ersten vier Zeilen der Wahrheitstabelle. Die zweite Spalte gehört zu den nächsten vier Zeilen. In der Wahrheitstabelle verwenden wir Binärcode, im Kanon-Diagramm aber Greycode. Deswegen gehört die dritte Spalte zu den letzten vier Zeilen und die vierte Spalte zum dritten Block. Die Zeilen funktionieren nun genauso. Wenn wir so einen Viererblock in der Wahrheitstabelle von oben nach unten herablesen, müssen wir zuerst die ersten beiden Felder ausfüllen, dann das vierte und dann das dritte. Die ersten vier Einträge sind 0 1 0 1. Das heißt, wir tragen 0 1 0 1 ein. Dann 1 1 0 1. 1 1 0 1. Dann 1 0 1 0. Und das tragen wir jetzt in die letzte Spalte ein. 1 0 1 0. Und dann 1 x x x. Das kommt in die dritte Spalte. x x x. Man könnte auch A, B und C, D vertauschen. Dann müsste man immer von links nach rechts anstatt von oben nach unten eintragen. Was ein bisschen umständlicher wäre, wo das Muster dann ein bisschen komplizierter wäre, wenn man zum Beispiel A, C und B, D kombiniert. Jetzt suchen wir hier Blöcke und finden die minimale Schaltfunktion. Hier ist schon mal ein Viererblock. Die x, die Don't Cares, können wir zum Optimieren verwenden. Hier finden wir noch einen Viererblock. Jetzt haben wir rechts noch zwei Einsen übrig. Die könnten wir zu einem Zweierpäckchen kombinieren. Aber da wir immer möglichst große Päckchen finden wollen, bilden wir hier auch ein Viererpäckchen mit einem Don't Care. Die minimale DNF dieser Schaltfunktion besteht jetzt aus drei Päckchen. Das linke Päckchen ist A nicht, denn B ist hier einmal invertiert und einmal nicht invertiert. Und D, denn C ist hier einmal invertiert und nicht invertiert. Das entspricht dem ersten. Das zweite Päckchen ist B und C nicht, denn hier ist B in beiden Fällen 1 und C in beiden Fällen 0. Und A und D verändern sich. Das dritte Päckchen dann äquivalent. Sobald wir eine Schaltfunktion definiert haben, gibt es keine undefinierten Zustände mehr. Alle Don't Cares, die in einem Päckchen drin sind, sind jetzt eine 1. Und alle, die nicht in einem Päckchen drin sind, eine 0. Wir können die Wahrheitstabelle auch noch ergänzen. Jetzt haben wir hier eine 1, hier eine 0 und hier eine 1. Wie verwendet man Kanot-Diagramme, um statische Häsards ausfindig zu machen? Das hier ist dieselbe Schaltung, die wir im letzten Video schon gesehen haben, wo eine DNF mit zwei Min-Termen implementiert ist und einmal B und B nicht vorkommen. Der Invertierer sorgt für eine Zeitverzögerung zwischen B und B nicht und dieser Zeitversatz wird dann durch die AND-Gatter und durch das OR-Gatter zum Ausgang F nach vorne propagiert, wo er 6 Nanosekunden später als Störung auftritt. Das hier wollen wir nicht haben. Wie können wir die Schaltung nun adaptieren, dass das nicht mehr auftritt? Wenn wir die Schaltfunktion in ein Kanot-Diagramm eintragen, entspricht A und B dem Päckchen, wo A und B beide 1 sind, also diesen beiden, und B nicht und C diesem Päckchen. Das Problem ist jetzt, dass diese beiden Päckchen orthogonal benachbart sind. Hier wechselt der Zustand von 1,1,1 zu 1,0,1, also A,B,C zu A,B, nicht C. Wir heben die Störung auf, indem wir B und B nicht eliminieren und dieses Päckchen, da bleibt A gleich und C gleich, der Schaltfunktion hinzufügen. Die Implementierung dieser Schaltfunktion enthält nun ein weiteres UND-Gatter, an das A und C angeschlossen sind. Jetzt ergänzen wir noch das Zeitdiagramm. Wir können sehen, dass wenn A und C beide 1 sind, während B den Zustand wechselt, durch das neue UND-Gatter diese 1 ebenfalls am Oder-Gatter anliegt. Die Störung des Ausgangssignals tritt jetzt nicht mehr auf. Wir merken uns, dass ein statischer Hazard immer entsteht, wenn Päckchen sich orthogonal berühren und wir diesen Hazard immer beheben können, indem wir der Schaltfunktion ein weiteres Päckchen hinzufügen, was über die Grenze dieser benachbarten Päckchen geht.